Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Update über Cattle & Crops. Die Entwickler haben für den 22. September, den kommenden Freitag also, das Mais-Häcksel-Update angekündigt. Das haben sie gemacht, indem sie auf ihrer Facebook-Seite einen Screenshot veröffentlicht haben, auf dem ein Klaas Axion 960, glaube ich, zu sehen ist, ein Hawe-Dreiachs-Anhänger, der Jaguar von Klaas und das entsprechende Mais-Gebiss. Wir schauen uns die mal kurz an auf der Seite. Hier ist bisher nur das Blender-Rendering-High-Poly-Dev-Model von dem Klaas Axion zu sehen. Wie wir aber auf dem Foto sehen können, ich tappe nochmal kurz zurück, steht er hier in voller Größe und Pracht da. Heißt also, er wird morgen in einem Spiel mit integriert sein. Als nächstes ist auf dem Bild der Hawe-Silage-Wagen zu sehen, der hier schon als 3D-Modell zu bewundern ist, auf der offiziellen Seite von Kettle & Crops. Auch wirklich ein riesen Anhänger. Wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf morgen. Hier nochmal das Mais-Gebiss im geklappten Zustand. Und als letztes natürlich der Hauptdarsteller morgen, der Klaas Jaguar 960 als 3D-Modell. Ich bin gespannt, was alles animiert sein wird, wie das Häckseln an sich umgesetzt ist, was den Einzug angeht und auch die Bewegung des Rohs. Ob man selber Einfluss darauf haben kann, wo das Häcksel gut hingeht. Oder ob es eine Automatik gibt. Das werden wir dann vielleicht morgen schon erfahren. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich hoffe, morgen wissen wir mehr darüber. Bis dahin, macht's gut.